ja hallo und herzlich willkommen zur weiteren folge von city skylines ja wir haben so im hintergrund wird so ein bisschen her dass das industrieviertel ist gerade was auch was so ziemlich gewachsen ist muss man sagen also dass einiges passiert in dem industrieviertel wir haben beim letzten mal ein frachthafen oder beim vorletzten mal ein frachthafen gebaut und den haben wir dann mit viel mühe und fleiß und schweiß sozusagen haben wir den dann auch endlich beim letzten mal an die bahnlinie angeschlossen im hintergrund seht ihr unser agrar viertel was war oder agrarindustrie was wir aufgebaut haben da da passiert auch einiges und ja wir gehen mal in das spiel rein und schauen mal quasi auf die auf die flächen wir brauchen ein bisschen dienstleistung quasi also da muss ein bisschen was passieren 13.000 bewohner haben jetzt aktuell also hier das war der frachthafen beim letzten mal wo dann endlich dann auch eine bahntrasse dran gedengelt haben das war ein ja es war schwierig sagen wir es mal so schwierig dazu habe ich noch nicht gesehen ich hoffe der kommt auch bald und hier fahren auf jeden fall die seht ihr die die leute fahren jetzt sie zum frachthafen auch bringen ihre sachen nach hin und weg das ist schon mal ein schick der traktor kommt zum beispiel herausgefahren der halter durch ok unser agrarbereich ist ganz nett geworden laufen auch ein paar schafe und tiere rum was haben wir hier fritzfelder ja wohl ok ja ist doch cool wir haben obst und gemüse und tiere alles was man so braucht gucken wir noch ein paar flächen freigeben können das sieht eigentlich schon ganz gut aus das sieht eigentlich schon ganz gut aus da könnten wir eigentlich dann hier diesen kreisel dann auch noch voll machen ja kommt sie auch noch voll wo den ausführlicher nichts haben soll nur ihnen sein innerhalb des kreisels außerhalb ist dann nicht glaube ich so das machen wir wieder ok hier kann man noch weiter gemacht werden ihr seht so den gelben untergrund so ein bisschen unter den gelben feldern hier also dieses meine ich jetzt hier das ist das zeichen dafür dass das eben für solche flächen dann geeignet ist ok hier können wir noch ein bisschen was ausbauen unsere dienste unseren dienstleistungsbereich hier dass er sich außen vor war dass die die ausfahrtstraße ist aber hier können wir dann quasi weitere felder belegen die auch dann weiter gebaut werden können unserer industriegebiet 1 quasi drüben das agar der agrarbereich ist das industriegebiet 2 und ich gebe immer so peu a peu dann die flächen die frechen genau die flächen frei sowie halt eben der bedarf auch ist und nach nach industrieflächen ist der bedarf gerade relativ groß aber eben auch nach dienstleistung und da haben wir hier unten ja so ein dieses dienstleistungs bio bereich gemacht würde ich jetzt tatsächlich hier neben nochmal einen weiteren dienstleistungsbereich machen aber dann eben ohne bio also normal sozusagen und dafür legen wir jetzt erstmal ein paar straßen an das würde ich das würde ich im prinzip genauso anlegen wie das da auch aussieht damit wir das so ein bisschen auch auch gleich haben vielleicht ein bisschen größer warum eigentlich auch mehr nicht hier gerade solche solche flächen in der nähe der der bahn das ist eigentlich ganz sinnvoll weil hier zur autobahn und autobahn nicht bahn zur autobahn hin würde ich jetzt ja persönlich auch keine keine wohnenbebauung machen oder sowas das ist ja da irgendwie mumpitz da hast ja nur probleme mit mit lärm und sowas also das muss ja nicht sein und hier haben wir aber die möglichkeit hier quasi dann auch sozusagen auch unsere wohnenbebauung noch davon nach von den autobahn geräuschen abzuschotten nehmen wir hier einfach so einen bereich bauen wo dann eben waren aller art angeboten werden und genau und die setzen wir jetzt da rein das war ein ganz normales viertel werden also da werden jetzt quasi keine 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 spezialisierung sein auf der linken seite haben wir also ich muss erst noch muss erst noch das gebiet sein der linken seite haben wir gesagt wir machen da eine spezialisierung für bio und öko produkte und hier machen wir jetzt einfach das eben nicht also herkömmliche produkte jeglicher art so das ganze bekommt natürlich auch wieder einen namen und bei den industrie- und dienstleistungsflächen und sowas und da gebe ich keine normalen also keine nein thomas gebe ich keine namen wie paul baker viertel oder sowas sondern da gebe ich einfach ganz normal einfach die 11 heißt für mich dienstleistung wenn die eine spezialisierung haben wir jetzt hier links in der 1 dieser bio dann sehe ich das sofort oder ich habe hinten auch diese fläche habe ich zwei also industrie agrar genannt dann weiß ich sofort was ist denn da vergisst man auch nicht oder hier oben it zum beispiel man vergisst das waren wir auch nicht aber dann ist das sofort ersichtlich und nur die nur die straße die stadtviertel die kriegen bei mir auch tatsächlich eine entsprechende namen wie pro becker viertel oder agabus quarter und wenn ihr euch fragt warum paul baker viertel und agabus quarter was ist denn das das sind berühmte fußballer von toffield united die da sehr erfolgreich sind und waren oder bleiben immer und das ist aus dem spiel football manager 2022 da haben wir eine eigene mannschaft mit toffield united und paul baker und agabus sind da sind da spieler sehr erfolgreiche spieler da kann ich war paul baker ist kein spieler film kann ein paul baker ist jugendkoordinator also einer der funktionäre des teams und agabus ist unser torwart aber eben nur haben sich für den verein verdient gemacht und dann muss man das auch honorieren und keine sorge die anderen die jetzt noch nicht dran sind ihr kriegt auch alle eure viertel macht euch keine sorgen auch das wird funktionieren ich sag so ich habe jetzt hier bewusst diese fläche noch mal zwischendrin frei gelassen weil ich vielleicht da in die richtung erweitern will und hier mache ich das auf der rechten seite aber auch noch mal eben kurz dann nehme ich noch wieder was raus genau so dann ist das nämlich dann ist das nämlich so dass man da noch mal eine straße durchziehen kann oder sowas dann ist das ganz hilfreich ohne dass man die häuser wieder abreißen muss ginge nämlich auch das mal sozusagen das ist unser unser asiatische tankstelle und laden hier quasi tankstelle restaurant aus dem asia gedöns und hier drüben habe ich noch warum ich da habe ich das ist der asia laden das ist eigentlich ganz nett das ist aus dem aus dem spezielle gebäude oben in das ist ein creator pack und da habe ich die sachen halt dann drin man kann sie aber leider nur einmal benutzen und das ist ein bisschen schade eigentlich da haben wir noch ein nudelrestaurant was ich noch bauen kann hier haben noch ein asiatisches drive in und hier immer noch ein normales drive in so wahrscheinlich brauchen aus der artisch ist noch so ein ding nehme ich doch jetzt mal und bau es mal noch mal hier hinten in unseren fußballbereich hätte ich beinahe gesagt ja das ist doch gut machen wir doch die wenn noch hier die fans wenn noch da scharenweise rein rein so ist das doch gut so ist das doch gut und da machen wir einfach noch ein paar kleine lädchen daneben im hintergrund wird gerade eishockey spielen hier sieht man das mal da ist so eine schlittschuhbahn hier ist eishockey und da ist ja ich wollte gerade sagen jetski schibob quasi schibob fahren und ja das ist so ein bisschen die die area hier auf der chris thomas road auch ein verdienter spieler von torfield united ja und das ist unsere mannschaft hier und unsere mannschaft auf unser stadion das william war das fehlt und ich gucke mal hier rein wir haben das erste spiel haben wir haben wir tatsächlich verloren und das nächste spiel ist am 24 vierten 20 26 war die arbeit spiel ist erst in drei monaten aber ein zuschauer ist da warum auch nicht warum auch nicht und das ist die petern euro arena unser verdienter trainer von torfield united insofern ist da auch was los ja also hier passiert auch was sie ist auch einiges geboten quasi und hier haben wir das agrarviertel das ist also ok und hier überhaupt kommt hier keine müll entsorgen es gibt doch nicht aber gut hier fahren die schiffe ran und raus ok aber ich habe noch kein doch kein zug gesehen der hinfährt kaum sag ich es da kommt da das gucken muss andere gespannt bin sehr gespannt da kommt da reingefahren lustigerweise verschwinden meistens die züge wenn sie dann entladen sind oder kommt da reingefahren das müsste eigentlich auch sich die kräne aus bewegen also zumindest linke hier meine ich bewegt sich immer oder doch hier genau da wird ja wenn container ich hundertprozentig nahe wenn container runtergeladen und das ist das was ich meine so und dann verschwindet plötzlich der die kathena container einfach und dann fährt dazu kann weiter manchmal verschwindet auch dazu ganz oder das kann auch passieren ja auf der anderen reite ist halt eben das ist ja das ist ja der 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 große fracht umschlagsplatz glaube ich heißt da und hier kommen die fahrzeuge eben meistens die sag ich mal die hier hier von den agrarfeldern oder wo auch immer sie herkommen die bringen ihre waren hier lassen kreuzfahrtschiff und da habe ich auch noch mal vor ja wir werden auch noch ein kreuzfahrt terminal bauen ich bin noch nicht ganz sicher wo ich hätte das ursprünglich eigentlich hierhin geplant aber das macht jetzt mit dem fracht und dem agrar hier oben irgendwie mehr sinn deswegen ist das glaube ich ganz okay soweit beauty ok das läuft ja ok gut das haben wir dienstleistung haben wir das haben wir das haben jetzt können wir mal wieder weiter in die planung gehen mir übrigens auch noch eine große agrarfläche und hier hinten ist noch eine öl hier unten ist noch ein ölfeld hier das wenn man dann bei einem der nächsten mal machen dass wir das ölfeld mal anpacken und das da kann ich natürlich dann schlecht irgendwie ein kreuzfahrtschiff anlanden lassen irgendwie doof und ob ich das hier so lasse weiß ich noch nicht genau mal gucken mal gucken das ist ja so ein bisschen der bereich wo wir wo wir hier so ein bisschen wasserversorgung energieversorgung und und vor allem wasser entsorgung haben ach das wollte ich die ganze zeit noch geguckt haben das wollte ich die ganze zeit noch geguckt haben für die wasser für abwasser so das ist das was ich habe verschmutzung eigentlich null ich habe den ökowasseraustritt ökowasseraustritt ja habe ich eigentlich eigentlich genommen den ökowasseraustritt verschmutzung eigentlich nur lärmbelästigung ok 10 das haben wir hier ökologische abwasseraufbereitungsanlage die beste wasseraufbauungsanlage die es gibt ok aber verschmutzung null eigentlich aber ihr seht hier das ist ist schon verschmutzt ja also da ist schon ordentlich was da was da was da hier verschmutzt aber naja gut können wir jetzt soweit nicht ändern können wir soweit nicht ändern ok genau wohnflächen sind weiter nachgefragt das heißt ich kann jetzt erstmal noch mal ins agabus viertel gehen und hier dann weitere flächen hier zur bebauung freigeben ich habe jetzt den inneren bereich da sind paar sind die höheren häuser und jetzt hier kommen im äußeren bereich kommen ja kommen noch ein bisschen kommt noch ein bisschen die kleineren gebäude noch so eine mischbebauung sein dass wir da auch alles mögliche hier dann am start haben also mein bestreben ist halt nicht eben möglichst viele bewohner zu haben natürlich man braucht bewohner das habe ich euch schon mal erklärt sonst wird das hat nichts aber man muss halt auch gucken dass es dann irgendwie irgendwie sinnvoll ist also das muss mir gefallen sagen wir mal so das ist glaube ich eine wichtige message da drin so die flächen gebe ich auch noch freie dieser in der mitte hier und in dieser straße im straßenbereiche ich werde aber auf jeden fall auch noch mal den öPNV noch mal umbauen ich habe mir dann noch was anderes überlegt wie ich die bus linien noch mal besser besser organisieren kann da werde ich noch mal dran gehen das machen wir aber dann vielleicht beim nächsten mal und also diese übermalung hier die musik weg machen wir denn da möchte ich dann das nicht haben vielleicht später noch mal gucken aber erstmal nicht 14.000 personen haben wir jetzt in unserer stadt das ist schick und zwar ich kann es ja mal kurz erklären was ich überlegt habe ich habe jetzt ja wenn ich die bus linien mir so anschaue die transportrouten hier sieht man das noch ein bisschen ich mache halt immer wieder denselben fehler also ich habe jetzt hier oben an dem bahnhof habe ich angefangen und dann fährt die linie da rein und und raus und überall und rum und hin und zurück und so weiter so da ist der bus diese linie hier genau bus linie 5 quasi aber es ist halt ja ihr seht unten die verteilung da oben die die busse ja da sind aber 30 passen maximal in der bus ein diesen 13 drin da sind zwei drin und so weiter und darunter sehen die haltestellen und dann seht ihr zum beispiel ganz 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 links sind hier so 202 leute die an der haltestelle warten das ist da ja liegt aber daran das ist ja logisch wenn ich jetzt hier näher rangehe dann seht ihr da die leute die warten da sie warten nicht wolf das liegt aber einfach daran weil der bus einfach wenn er einmal durch die gegen kachel viel zu lange braucht und deswegen habe ich mir jetzt überlegt quasi ein bus nehmen anfangszeichen der mehr oder weniger einmal die große straße drumherum abfährt oder vielleicht irgendwie so ja und da ich mal an dem knoten punkt hier oder an dem knoten punkt hier da kommt eine zweite buslinie dran die dann innen reinfährt oder zwei drei buslinien die dann da innen reinfahren so dass eben nicht dieser eine bus der dann von dem bahnhof wo viele stehen 120 mehr rumfahren muss im prinzip das ist eigentlich mumpels und das werde ich beim nächsten mal noch mal machen dass ich da eben gucke dass ich das dann anders noch mal aufbauen damit der verkehr verkehr besser fließt ja und hier fließt der verkehr gar nicht warum nicht weil hier der verkehr aus dem industriegebiet immer mehr wird immer größer wird nicht abfließen kann das ist das problem das ist das problem genau das werden wir aber bekämpfen das hatte ich nämlich ursprünglich schon deswegen habe ich mir dieses hier einfallen lassen quasi diese zweite spur neben der eigentlichen hauptautobahn denn ich werde dann auch einfach hier unterirdische abfahrt möglichkeit machen damit die nicht in den kreisverkehr rein müssen und dann können die da quasi da und da rauskommen das ist so die das ist so die idee die ich dahinter habe habe in der vergangenheit bei anderen städten schon mal so ganz gut gemacht aber auch das wird wird ein projekt werden bei einem der bei einem der nächsten mal heute so ein bisschen bisschen mal erst mal ein bisschen gucken weil es läuft bei einer blase ist okay das ist in ordnung ja dienstleister industrie wird was sich was sich gefragt hier sehe ich gerade auch dass das da ein ein problem gibt hier werden wir auf stopp schildern ampeln verzichten da müssen sich halt alle so einsortieren was passiert denn also fahrzeugmanagement ist ja folgendes im prinzip ne also von da kommen zwei straßen also ein von der kann man hier kommen die maus sehen wir kurz gucken ja genau also hier kommen ja hier kommen zwei straßen hier kommen zwei straßen hier kommen sechs straßen auf eine sechsspurige straße ist natürlich schwierig ist natürlich schwierig sonst werde ich mal folgendes versuchen einfach mal zum testen das ist straßenmathematik hätte ich beinahe gesagt ich nehme jetzt hier die autobahn abfahrt die meines wissens nur einspurig ist aber schneller und das mache ich jetzt hier auch so dass quasi die eigentlich auf die rechte spuren fahren und jetzt nehme ich hier eine vierspurige straße aber genau im moment das ist das die sechs sprüge ne aber hier eine vierspurige autobahn verbessern und verbessert das stückchen hier das stückchen hier so und es müsste von der mathematik hätte ich bei der gesagt das passt schon nicht ganz okay also die idee war jetzt tatsächlich ja der hat es richtig gemacht dass die die auffahrt meiden und sich dadurch besser einfädeln ja also ihr seht das jetzt die quasi aus der richtung kommen fahren nur auf den auf den auf den auf den rechten streifen und die da oben können sich das eigentlich aussuchen ich nehme jetzt mal noch mal eine weitere ich nehme sogar nur eine dreispurige autobahn das ist die dreispurige autobahn so und verkürzt das noch mal einmal so dass wir eigentlich nur fünf spuren haben die kommen und auf sechs spuren führen müsste eigentlich funktionieren und damit sie noch ein bisschen gelegenheit haben sich mehr darauf einzustellen verbessern wir auch den teil hier nochmal auf dreispurig so dann fädeln die sich automatisch schon besser in dreispurig ein und dann müsste eigentlich der verkehr besser laufen ist zumindest die idee aber dafür damit schaffe ich natürlich noch viel mehr da unten drauf ist auch klar genau ok so da werde ich jetzt eine dreispurige autobahn nehmen gerade gerade quasi hier los geht aber unterirdisch ok das geht nicht ganz kann auch eigentlich hier lang können das ist eigentlich was andersrum führt hier längs unterirdisch genau da durch genau da durch genau da durch so mit einer natürlich so das heißt da sind wir schon mal safe die können also da raus und die müssen von hier aber auch in diese richtung raus das heißt die können schon mal hier die ausfahrt nutzen ja das geht natürlich nicht ja das ist ja das ist ja das ist das letzte wollte ich nicht oder sollte schon hochkommen so also hier können sie alle rausfahren und jetzt müssen wir noch gucken dass die alle von da auch entsprechend darunter reinfahren quasi also alle die hier auf der richten spur sind die aber nicht irgendwie in die stadt wollen wie können dann ihr gleich ausfahren nein das wollte ich nicht ruhig bleiben thomas so das soll dann hier auf die autobahn für so und damit haben wir das angeschlossen das heißt alle die jetzt hier das dauert moment bist du bist hier das alle bis sie das rum gesprochen hat so sage ich jetzt mal die quasi jetzt hier auf die autobahn wollen sollten da eigentlich dann runterfahren können gucken wir uns der erste macht ich hoffe das funktioniert also dann da sieht man es noch mal das darf aber auch nicht zu lang sein und meistens ist das so das dauert moment ja und da ist der erste da ist der erste der gerade runtergefahren ist da sieht man es da oben und wenn der erste das gerallt hat dann verstehen die einer das auch und jetzt geht's los jetzt können die da quasi runterfahren und können dann quasi irgendwie dann diesen kreisverkehr umgehen weil sie eben nämlich da gar nicht hin wollen sondern dann wollen nämlich auf die autobahn und dann können die jetzt quasi dort verschwinden mal gucken wo der hin will hier derjenige entweder fährt darauf da fährt er dann raus oder er fährt eben dann hinten rum auf die andere autobahn es kann aber sein dass diese strecke hier da hinten tatsächlich auf die andere seite schon zu lang ist also bis bis das so bei bei den herrschaften angekommen ist kann sein dass ich auch da nochmal nochmal verkürzen muss oder so dass ich davon da noch mal da muss ich mal drauf aufpassen ob das überhaupt genutzt wird das wäre das wäre sonst zu blöd aber okay aber es klappt also die ersten ersten haben es begriffen und dann sollte sich auch hier eigentlich in dem kreisverkehr hier die die geschichte deutlich verringern nein das hoffe ich zumindest so hier sieht man das noch mal dann mal gucken wo die jetzt hierhin fahren die unten drunter ja die finden alle nur rechts raus okay kann wie gesagt sein dass das stück einfach dann zu lang ist dass das die das nicht als also die autofahrer würden das immer nur dann nehmen wenn das für sie die schnellere alternative ist und wenn das dann zu lang ist sozusagen und ich fahre ja schon einmal ein pudding rum dann kann es sein dass sie das nicht alle nicht als als schnellere fahrtroute erkennen und dann ist es natürlich blöd noch mal gucken wo der hin fährt der kleine der sieht schon mal ganz gut aus der hat sie nämlich nicht rechts einsortiert ich glaube das wird was da fährt er her also es funktioniert das funktioniert und jetzt müssen gucken dass das auch für alle alle dann auch vernünftig läuft gut gut ja sieht ein bisschen nach verkehrs chaos aus aber wir kriegen das schon hin das ist ja bei bei city skylines immer das problem irgendwann kollabiert der verkehr und dann muss man sich kreative und lustige lösungen verlassen und unterirdisch ist oftmals ein thema gut okay ihr lieben das war's für die folge von heute war jetzt nicht nicht so viel spannendes aber trotzdem machen wir da auch ein bisschen was bewerkstelligt ich sage mal tschüss und schau ihr lieben bis zum nächsten mal